Boah, bei euch sichern. Andamenter und oderseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Ach, wie bei dieser Auswahl, ey. Am besten du spawnst unten auf der Straße und darfst dann die Treppen hochgehen. Ja. Da wird es ja keine Treppen hier. Dieser Spix, der war doch vorhin Bons im Team. Der jetzt im Gegner-Team ist. Spronik. Sprixpronik. Spixronik. Wahrscheinlich wollte er aus Sonic schreiben, hat sich vertippt. Passiert heute auch wieder relativ oft, dass man Spiele dann auf einmal auf der anderen Seite sieht. Das ist sauber. Ne, liegt Papier auf dem Boden. Bücher, was ist ja wrong, ist auch sauber. Ich fahr mal oben im Chefbüro. Sehr schön. Der Bio-Gefahrgutbehälter ist lokalisiert. Ah, das Chefbüro. Keine Ahnung. Ah, das Chefbüro. 10 Sekunden bis Einsatz. 5 Sekunden bis Einsatz. DJ haben sie. Und Läsionen. Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Ich nehme mal einen anderen Weg heute. Ins Chefbüro direkt rein. Mh, ist das Kamera auf dem? Du willst hier das Fenster zumachen, Junge. Alibi. Alibi und Jäger. Und Elysion. Ah, ich verfasse das Hologramm. Huch, huch, huch. Komm mal mit. Sterben die da unten weg. Jetzt dürfen wir von vorne anfangen. Also ein Hologramm Alibi und einmal Jäger noch. Ah, scheiße. Stückwerk zu hoch. Mist, kack. Zu tief, meine ich. Ach, kack. Mal probieren. Ah, ein Krab schoss. Die letzte. Gewesen. Ich habe mich einfach Dauer vorgegeben. Also Jäger und Alibi, genau. Eins ist bei mir im Gang am gelben Ping. Ich versuche den Behälter sichern. Witschel im Gang, der bei Ping. Au. Mann, was geht's? Ich war daneben und habe den Krab schrauben gebracht. Den Witschel habe ich auch gergert. Da war aber eine schöne Trotte aufgebaut. Mal probieren. Da war aber auch gergert. Fische. Das war's für heute. Den Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisieren. Diesmal sind's im Keller. Ich glaube, ich habe zum ersten Mal Keller bei dem Turm hier gesagt. Noch 10 Sekunden. Wer ist denn hin? Da hin. Ich muss sich die Wand angucken. Ich weiß keine Wand, das ist ein Koffer. Ja, aber vorher. Weiter zum Bio-Gefahrgut-Behälter und diesen sichern. Jäger haben wir schon. Guten Tag, Alibi. Das letzte Fragezeichen ist bestimmt Grabschwamm. Ich geh mal mit. Finka mit. Ah, Finka, wo willst du hin? Ah, hä? Hä, ist da gerade nicht Finka hin? Jäger ist auf jeden Fall bei mir gewesen. Ach, die wurde umgebracht. Aber nach mir. Jetzt liegt er da rum. Läsion noch im roten Ping im Raum. Ich lade nach. Ich untergrabe Ihre Aufklärung. Läsion rot. Läsion immer noch rot. Läsion bei Ibana. Den Raum sichern und den Bio-Behälter schützen. Läsion kommt vor. Achtung. Läsion kann nicht vorkommen. Der liegt auf dem Boden. Den habe ich niedergeschossen. Gute Arbeit. Der ist der Argut-Behälter ist gesichert. Ich bin da vorher niedergeschossen. Ich habe die Granate denn reingeworfen. Aber Alibi kommt dann raus. Schäftsfärbo. Wir müssen den Bio-Gefahrgut-Behälter schützen. Den Raum sichern. Mach die Fenster zu. Sieht. Sieht. Ja. Es bleibt noch 10 Sekunden. Es bleibt 5 Sekunden. Standort des Bio-Gefahrgutbehälters unbekannt. Weiterhin absichern. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgutbehälter aufgespürt. Ich brauche neues Holz. Mir geht es langsam aus. Hier ist ja noch ein offenes Fenster. Ich habe schon alles zugemacht, was ich zum Ruhe habe. Das Fenster hast du vergessen. Mann, du hast es vergessen. Gib es zu. Ach, was soll denn das? Du Kacklesion. Er schießt mich an. Arschloch. Montagne am Gamping. Oh, keine Ahnung. Am Gamping ist noch jemand. Montagne kommt vor. Ja. Am Gamping liegt noch jemand. Mit Nock. Oh, Mann. Da kann man... Was macht ihr denn, Alter? Die Gegner sichern den Bio-Gefahrgutbehälter. Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt. Der Gegner versucht nicht mehr, den Behälter zu sichern. Weiteren Zugriff auf den Bio-Gefahrgutbehälter verhindern. Das war das Weihnachts-Outfit von Montagne. Das war nicht, was ich eben gekillt habe. Oh. Ja, mal Luca. War das ein Schockdronner oder war das einer von uns, der geschossen hat? Keine Ahnung. Hm. Böses Auge einsatzbereit! Na, nicht auf alles achten. Na, passt doch mal auf. Äh, die Duca, die Duca, wo ist die Duca? Ähm. Nur noch 5 Sekunden. In der Zimmer gab es noch eine Duca, oder? Ah, hier. Ja. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgut behälter. Ist das die richtige oder gibt es noch eine? Ich habe nur eine. Okay. Der! 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 toll ich verstehe das nicht ja klar doch das nästchen kann jederzeit aufwachen äh unten fahrt Twitch gesehen da Richtung Westen läuft Richtung Nord-Osten ja das ja okay das war die Twitch die beiden da liegen da kann ich mal ne Spitzki ich spiele nachher was rummauern mit dem Idioten geht da noch eine rechts ist Maestro der liegt da da links Na Maestro geh doch raus jetzt bringt das den Teamkollegen um ne es sah so aus als wenn links der Gegner verbleibt 15 Sekunden noch der Gegner versucht nicht mehr den Behälter zu sichern weiteren Zugriff auf den Bio-Gefahren weißt du das Ding das gleich überhältst geh raus du Depp oah kannst du dir bitte mal sagen der spielt hier viel mit den Kameras das machst du doch immer so gerne wenn man sieht dass der Gegner auf einen Zug kommt naja er hat gehofft der kriegt es klein naja er hat nicht richtig getroffen die P- Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist ein Stockwerk höher Ja, der kommt noch rein Parkett wieder alleine los Ich geh mal daher Ich geh mit Bagma mit So Machst du Ich geh nicht umgebracht Oh, hier war einer Oh, hier geh ich in Gang Hier geh ich in Gang Hier neben mir ist einer gelber Ping Geschäftsführer Ding Gelber Ping Ich seh keinen Ping Gelber Ping, Geschäfts... äh... Süden, 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 Süden Am gelber Ping jetzt Hm Ist der jetzt weg? Hier war extrem Waffengewechsel Okay Wo ist der Arsch hin? Vielleicht war der direkt unter mir Ja, aber das war... Klang wie neben mir Hm Wetter entdeckt Wo ist hier noch eine Kamera? Eko vielleicht Vielleicht hätte ich auch die Kamera oben Ein Gegner verbleibt Der Bio-Gefahrgutbehälter wurde lokalisiert Mit Sicherung des Behälters fortfahren Sicherung des Behälters einstellen Jetzt zieht tot Nein Ich hab immer noch markiert Das Ding muss hier irgendwo im Gang sein bei mir Hm Scheißdreck Nicht unsichtbar Kann ich pingeln Kaum noch Zeit 15 Sekunden Nein Recht in der Ecke Rechts auch heißt Einer vom eigenen Druck verbleibt Ich hab nach links geguckt Feindliche Aktivitäten Mit Sicherung des Behälters fortfahren Sobald die Bedrohung neutralisiert ist Oh Gott Nein, sie ist alle Die ist auch gleich alle Oh Gott, das ist ja Jetzt laden die alles nach Ach Mann Nein Ja, der Ecke hat dann seine zweite Er war noch zu weit Scheiße Er hätte bloß die Zweitwachen ablanden sollen Eins würde ich noch nachholen Kackläsion im Geschäftsführerbüro Wie er mir fast 40 Lebenspunkte runtergezogen hat Und das ist gegen Ende Ah Mann Aber selbst mit Maestro war so Ah Und dieses Geräusch Da lädt jemand Waffen nach Und ich gucke daneben an Da ist niemand Weil das womöglich von unter mir kam Ich hoffe, das wird angegangen Dieses Soundproblem Das ab und zu mal auftritt Und bis zum nächsten Mal Macht's gut Und tschüss Ganz Ja ist es Bis zum nächsten Mal Das wäre wie non Die Nach